Hallöchen, liebe Bücherfreunde und herzlich willkommen bei einem neuen Video von mir, einer neuen Bücherwoche. Einer Woche, die besonders begleitet war von einer neuen Serie, von der ich auf jeden Fall erzählen muss und möchte, weil sie mich doch direkt sehr, sehr, sehr in den Bann gezogen hat. Und drei Bücher, die ich gelesen habe und wovon sogar zwei Hörbuche waren, wie ich gerade so überlege, faszinierend. Aber ja, es waren drei Bücher, die ich gelesen, inhaliert sozusagen habe. Soweit ist bei uns alles okay. Ich fühle mich nach wie vor in meinem neuen Wohnzimmer sehr, sehr wohl und habe auch zwei neue Funko-Gefährten, kann man das so sagen. Ich habe sie auf Instagram schon geteilt. Instagram findet ihr unten in der Infobox, schaut da gerne mal vorbei. Da gibt es immer mal so ein paar Bilder zu den Büchern, die ich gerade lese, aber eben auch so zu Dingen, die man vielleicht in dem Video gar nicht zeigt. Und ja, zwei Funkos sind bei mir eingezogen von der lieben Ramona. Und ja, sie hatte die übrig, weil sie wohl gar kein so großer Fan von Funkos ist. Und sie hat mir zum einen Pennywise zugeschickt, der hier sehr cool so ein kleines Schiffchen in der Hand hält. Ja, finde ich mega gelungen. Also es ist schon sehr creepy. Und ja, er darf sich jetzt neben Stephen King sozusagen stellen. Und zum anderen ist Geralt von Riva bei mir eingezogen. Aus der, ja, im Grunde eigentlich aus dem Spiel aus The Witcher 3. Und er sieht aber auch cool aus. Auch hinten so diese Zopfgestaltung und die Schwerter. Also es ist wirklich richtig, richtig cool. Ja, hat sie mir beide überlassen. Hat mich sehr, sehr gefreut. Und ja, zwei neue Funkos und ja, ich bin sehr, sehr begeistert. Ja, ansonsten denke ich, starten wir einfach mit den Büchern der Woche. Angefangen hat die Bücherwoche mit Joy at Work von Marie Konto und Scott ist Sonnenschein. Ich denke mal, man spricht ihn so aus. Dann gelesen habe ich zusammen mit einer lieben Freundin Das kleine Café der großen Träume von Sandy Docker. Und ja, am Wochenende dann weggesuchtet habe ich Auras II, die Frequenz des Todes von Vincent Klisch nach einer Idee von Sebastian Fitzek. Und ich denke, wir starten wie immer chronologisch mit den Büchern. Ich muss hier nur mal meinen Notizzettel ein bisschen fester machen. Ich glaube, der löst sich sonst irgendwie vom Stativ. Und das wollen wir natürlich nicht. Das erste Hörbuch der Woche war Joy at Work von Marie Konto und Scott Sonnenschein. Wie gesagt, ich denke, man spricht ihn so aus. Ja, ich mochte von Marie Konto sehr gerne ihre Magic Cleaning Reihe. Das war ja etwas, was mich zur Anfangszeit meines minimalistischeren Lebens sozusagen begleitet hat. So ein bisschen auch in diese Thematik eingeführt hat. Ich bin heute noch jemand, der viele Dinge rollt in verschiedensten Schränken von Handtüchern über Bettwäsche über Hosen. Ich finde das faszinierend, auch wie sie Dinge faltet, wie sie Dingen Dankbarkeit gegenüberbringt, die sie im Grunde auch ausmistet. Und ich habe sehr, sehr viel von der Denkweise von Marie Konto sehr gut gefunden, auch ins Leben irgendwie übernommen. Natürlich ein bisschen abgewandelt. An mancher Stelle finde ich Marie Konto zu radikal, beziehungsweise bin ich auch niemand, der wirklich jeden Pulli in die Hand nimmt und Danke sagt für die tollen Gelegenheiten, wo ich ihn trug. Das ist irgendwie nicht so ganz meine Mentalität. Dennoch fand ich es super spannend, was sie so zum Leben erzählte, zu der Wohnung und zu der Umgebung. Und bei Joy at Work geht es tatsächlich jetzt darum, eben auch Freude an der Arbeit zu haben. Und ich habe mich auch ganz bewusst für das Hörbuch entschieden, weil ich Sachbücher tatsächlich auch sehr gerne höre. Das einzige Negative an einem Hörbuch bei Sachbüchern ist, dass man sich eben nichts markieren kann, dass man ja nichts irgendwie eintragen kann. Aber vielleicht zieht das Buch ja tatsächlich demnächst nochmal bei mir ein, weil es mir wirklich sehr, sehr gut gefallen hat. Das kann ich schon mal vorne wegschieben. Beide Autoren haben ihre Schwerpunkte auf verschiedene Kapitel gelegt. Das heißt, beide haben eben ihre Fachgebiete und haben dementsprechend dann eben auch ihren Beitrag zu dem Thema, was so das Überthema war, beigegeben. Beide haben das auch unterschiedlich geschrieben, beziehungsweise war im Hörbuch auch beides unterschiedlich vertont. Was ich tatsächlich sehr cool fand, weil es einem so relativ schnell und einfach auch gezeigt hat oder hören hat lassen, was wer im Grunde geschrieben hat. Das Aufräumen beginnt im Kopf und man muss tatsächlich da einfach anfangen, sich Fragen zu stellen. Und man muss gute und richtige Fragen stellen. Und ja, in diesem Zusammenhang sind beide tatsächlich davon überzeugt, dass es eben gute Fragen sein müssen, die eben auch Sinn machen. Es werden ein Fragen in diesem Buch mitgegeben, was ich sehr spannend fand, was ich zum Teil auch mitgeschrieben habe und wie man sich diese am besten stellt, beziehungsweise in welchen Momenten man sich diesen stellt. Denn anhand der Fragen und der Beantwortung und dann auch des Aufräumens soll man eben einfach wieder Freude an der Arbeit haben und dadurch dann eben auch mehr Freude im Leben haben. Und ich finde tatsächlich diesen Umkehrschluss eigentlich perfekt gesprochen, denn es ist glaube ich tatsächlich schon so, an diesem Ort, wo man sehr viele Stunden verbringt und das ist nun mal die Arbeit. Und dabei ist glaube ich ganz egal, wo man arbeitet, was man arbeitet. Wenn einem das Spaß macht, empfindet man es nicht unbedingt als Arbeit, als Belastung, sondern merkt im Grunde gar nicht, oh, jetzt wäre schon Zeit für den Feierabend, aber ich gehe ganz entspannt in diesen. Ich habe dieses Umdenken tatsächlich jetzt auch ein bisschen im Homeoffice gemerkt, da nehme ich viele, viele Dinge mit und hoffe, dass man die in die Zeit danach irgendwie auch übertragen kann, beziehungsweise tatsächlich das Homeoffice weiterhin einige Tage in der Woche irgendwie nutzen kann. Es gibt verschiedenste Themen bei Marie Kondo und auch bei Scott is Sonnenschein. Ich habe mir hier ein paar aufgeschrieben, zum Beispiel im Chaos versinken, Ordnung schaffen am Arbeitsplatz, digitale Daten aufräumen, Zeit einteilen, Entscheidungen bewerten und strukturieren. Das fand ich ein mega tolles Kapitel. Netzwerke prüfen, Teams gestalten und zum Beispiel auch Meetings verbessern. Ich glaube, jeder von uns sah schon in Meetings, die gefühlt einfach irgendwie sinnlos waren, wo man sich fragte, warum sitzt man hier, warum hat der eingeladen. Es gibt Mail-Pingpongs, wo man sich fragt, hätten die beiden einfach mal miteinander telefoniert, wären ihnen 20 E-Mails irgendwie erspart geblieben. Und ich glaube, das kennen alle, egal in welchem Bereich. Ich kann natürlich jetzt nur von dem Bürobereich, sage ich mal, sprechen. Es wird aber natürlich im Einzelhandel oder so sehr ähnliche Dinge geben, wo man sich einfach Dinge fragt. Und das zu hören und zu hören, dass Menschen gefühlt auf der ganzen Welt sich die gleichen Fragen stellen, die gleichen Probleme haben, die gleichen Themen haben, fand ich schon mal wieder sehr beruhigend und dachte, okay, das ist nicht nur bei dir der Fall oder in meiner Firma, wo ich arbeite, der Fall, sondern es scheint ja mehrere umherzutreiben. Und ich fand diese Themen total auf den Punkt. Ich fand vieles, was man eigentlich schon weiß, was einem klar ist, was einem auch schon in verschiedensten Seminaren oder Ähnlichem erzählt wird, man kennt es. Ich finde es aber toll, immer wieder neue Impulse zu bekommen. Und Impulse nicht nur im Sinne von mir erzählt jemand etwas Neues, sondern jemand interpretiert Bekanntes auch neu. Und ich finde, dass das wirklich sehr, sehr gelingt in diesem Buch. Das hat mir wirklich großen Spaß gemacht, dazu zu hören, den zu lauschen, da mitzugehen, mir Gedanken dazu zu machen, wie Dinge auch mal Stichpunkthaltig rauszuschreiben. Und ich fand das wirklich großartig. Alleine, wenn Mari Konto von Firmen in Japan erzählt, wo wirklich Schreibtische überquillen. Und man denkt sich so, mein Gott, zum Glück bist du eigentlich schon ein strukturierter Mensch. Aber auch ich musste bei meinem Schreibtisch entdecken, ja, so ganz sauber und ordentlich ist er nicht. Ich selbst konnte jetzt natürlich nur meinen Schreibtisch, an dem ich jetzt im Homeoffice sitze, zu Hause aufräumen, beziehungsweise mir richtige Fragen stellen, mich jetzt mit dem Aussortieren beschäftigen. Ich bin noch mitten dabei. Und was mir aber tatsächlich großen Spaß gemacht hat, deswegen ist dieses echte Aufräumen von oben herum ein bisschen noch nach hinten geruckt, ist dieses digitale Aufräumen, nicht nur vom eigentlichen Büroplatz sozusagen, also von Dingen, die man irgendwie schon seit Anbeginn der Zeit, wo ich in meinem jetzigen Unternehmen arbeite, das sind schon zwölf Jahre, da noch aufgehoben hatte. Ja, wo ich auch dachte, eigentlich fragte ich nie, also ich hoffe mal, es fragt mich jetzt nie jemand mehr danach, weil ich habe einiges tatsächlich einfach gelöscht. Und ich habe das auch auf meinem privaten PC gemacht. Also ich bin da Dinge durchgegangen, wo ich dachte, das hast du schon zehn Jahre auf der Festplatte, du hast es nie wieder gebraucht, weg damit. Und ich habe auch tatsächlich einen Ordner angefangen mit so einem Vielleicht, wo ich einfach mal sage, ich habe da jetzt ein Datum dahinter geschrieben und dann will ich einfach mal ein halbes Jahr später, habe ich mir einen Merker gemacht und wenn ich da nichts gebraucht habe in dem halben Jahr, dann... Ja, viele Ideen, fand ich, nimmt man mit und es wird einem sehr, sehr leicht klar gemacht, warum manche Verhaltensweisen wichtig sind und warum manche sich eben auch genauso verhalten, wie sie es tun und warum dann eben auch eine Veränderung eben einfach notwendig ist. Und wenn jeder so einen kleinen Schritt macht, dass das dann in der Gesamtheit eben ein großer Schritt ist. Ich fand auch, dass es sprachlich sehr gelungen war. Es war einfach, es war klar, es gab viele, viele Beispiele, was ich einfach wirklich toll fand, weil oftmals wird einem ja so ein theoretisches Aufräumtool an die Hand gegeben und man steht so da, ja, aber es passt so gefühlt nur auf die und die Situation, nicht auf meine. Wie gehe ich jetzt damit um? Mit den Beispielen, die beide genannt haben, fand ich, war das sehr, sehr viel greifbarer, sehr viel echter und man konnte damit auch was anfangen. Und ich fand auch, man merkt in beiden, dass sie ihre Stärken haben und worin sie die haben und warum sie genau sich diesem Thema dann auch im Buch gewidmet haben. Auch die Gedankengänge von beiden fand ich sehr, sehr gelungen. Und was mir immer wieder gefällt, ist so diese Dankbarkeit und Achtsamkeit und Nachhaltigkeit, dass das gerade bei Marie Konto tatsächlich schon ein großes Thema ist. Also für etwas dankbar sein, egal ob es eben der Pulli ist, dass er einen gewärmt hat, ob es ein Stift ist, der halt jetzt nicht mehr funktioniert. Man kann es natürlich vielleicht ein bisschen übertreiben. Es entspricht vielleicht auch nicht unserer europäischen Mentalität, aber ich finde es nicht verkehrt, einfach diesen achtsamen Moment des Ausmissens wahrzunehmen. Und ich finde, es macht schon etwas mit einem, ob man das achtsam macht oder nur in aller Eile. Und ja, ich finde wirklich, dass dieses Buch nicht nur zum Arbeitsbereich hilfreich ist, sondern ich glaube, einfach so dieses gesamtheitliche Achtsamkeit, Nachhaltigkeit, dieses ja so ein bisschen minimalistische Leben, beziehungsweise wer ist schon wirklich minimalistisch, aber so dieser Überbegriff, wo das ja steht, dass das wirklich etwas dazu beiträgt, dass das hilft, auch mal wieder andere Denkansätze zu nehmen. Und auch besonders, wenn man an Kollegen denkt oder eben an die Teams und wie wichtig es eigentlich ist, wie ein Team geführt wird und also, dass man da durchaus eben auch aufräumen muss, beziehungsweise eben auch ein Team, in dem es strukturiert ist und jeder seine Aufgabe hat und also, dass man nicht nur von Dingen spricht, sondern eben auch von den Menschen und das klingt gerade sehr merkwürdig, aber dass jeder im Team zum Beispiel einfach aufgeräumt ist und seine Rolle kennt und Rolle hat und die inne hat und mit der lebt und mit der arbeitet und auch Meetings. Ich fand diese Ansätze wirklich großartig und möchte davon auch einfach einiges immer wieder mitnehmen und ich glaube, deswegen ist das auch ein Buch, was physisch bei mir einziehen wird, weil man da drin dann einfach ein bisschen Text markern kann, Post-its reinmachen kann und immer mal wieder dazu greifen kann, wenn man einen neuen Input braucht und ja, mir hat das wirklich gut gefallen, war wirklich ein Highlight und hat mich nicht nur gut unterhalten, sondern auch wirklich sehr gut abgeholt und das eben auch wirklich sehr schön verpackt und auch wunderbar gesprochen. Dann habe ich zusammen mit einer lieben Freundin das kleine Café der großen Träume von Sandy Docker gelesen. Das hatte ich meiner Freundin zum Geburtstag geschenkt und da es mich eben auch einfach sehr angesprochen hat vom Cover, vom Klappentext, habe ich uns im Grunde auch gemeinsam Lesezeit geschenkt, indem ich das Buch schon direkt auch für sie eingeteilt hatte, mir selbst die Einteilung aufgeschrieben habe und es dann als E-Book jetzt auch mit gelesen habe. So haben wir uns eben auch ein bisschen Lesezeit geplant und ich fand es wieder sehr, sehr schön, mit jemand lieben zusammen zu lesen, die Gedanken auszutauschen nach jedem Leseabschnitt, so ein bisschen zu überlegen, wie fand man es, was ist der einen aufgefallen und der anderen und ja, das hat mir tatsächlich sehr, sehr gut gefallen. Wir sind in diesem Buch in Australien und treffen dort auf Alice und Teddy, die zusammen mehr oder weniger ein Café betreiben, wo es eben auch leckeres Gebäck gibt, meistens auch Cupcakes und ja, Alice arbeitet seit einigen Jahren in diesem Café. Sie ist irgendwann ja von zu Hause mehr oder weniger geflohen, wusste nicht so richtig, wohin, kam dort an und Hattie hatte hier einen Platz frei, beziehungsweise eine Stelle und ja, die hat Alice dann direkt ausgefüllt. Hattie hatte ursprünglich das Café zusammen mit ihrer Schwester übernommen, aber die ist jetzt schon seit einiger Zeit sehr krank und in einem alten Pflegeheim und wird dort auch immer regelmäßig von ihrer Schwester ja im Grunde ein bisschen umsorgt und auch besucht. Eines Tages taucht ein junges Mädchen auf, Becca, und ja, die scheint auch vor etwas zu flüchten, aber nimmt die Hilfe von Alice und auch von Hattie an und fängt auch im Café das Arbeiten an. Und es gibt einige Rückblenden in das jugendliche Leben von Alice, aber auch in das junge Erwachsenenleben von Hattie und durch Tagebucheinträge erfahren wir auch ein bisschen was aus der Vergangenheit von Becca. Das Café gerät dann aber in Gefahr und soll im Grunde vererbt werden und ja, da merkt Hattie, irgendwie ist es doch gar nicht mein Café, wie konnte das passieren? Und die neuen Besitzer rufen einen relativ hohen Preis auf. Und so arbeiten wir an sehr vielen Geschichten. Zum einen sind wir im Jetzt bei den drei Frauen. Wir blicken in die Vergangenheit von zweien davon und haben eben auch die Zukunft so ein bisschen vor Augen, weil das Café in Sorge ist. Und ja, ein großes Thema ist definitiv schon Alice als, sage ich mal, Hauptcharakter, weil wir von ihrer Geschichte, von ihrem Leben doch wirklich das meiste erfahren. Und hier kommen wir tatsächlich schon zum großen Kritikpunkt dieses Buches. Die Autorin wollte für meinen Geschmack viel zu viel. Es sind Hauptgeschichten, es sind Nebengeschichten, es sind Zeitsprünge, es sind Nebencharaktere, es taucht da nochmal irgendwie ein Ast auf und da geht nochmal eine andere Abzweigung. Also für mich war es an mancher Stelle viel zu viel, was geschah. Viel zu viele Geschichten, die man irgendwie zusammendringen musste, die man unterscheiden musste. Das war ganz okay, weil man immer eine Jahreszahl hatte und wo man gerade ist, beziehungsweise wer man gerade ist, aber es war einfach zu viel. Ich war im ersten halben Buch total überladen mit Rückspringen von Hattie, mit Rücksprüngen von Alice, dann gleichzeitig passierte in der Gegenwart Dinge. Gleichzeitig waren auch Dinge irgendwie so in der Schwebe, wo man noch nicht so richtig wusste, wo das irgendwie mal hinführt. Es tauchten Nebencharaktere auf, die aber auch irgendwie eine Vergangenheit hatten. Und mir war das zu Beginn tatsächlich irgendwie zu unübersichtlich, zu viel des Guten. Und man hatte gar nicht die Zeit dafür, sich irgendwie überhaupt auf diese Geschichte einlassen zu können. Man hat keinen Charakter irgendwie direkt greifen können. Und es war einfach schwer einzutauchen, mitzugehen, mitzufühlen. Auch diese Zeitsprünge zu Beginn, also wirklich so die erste Hälfte, fand ich sehr wirr und eingesetzt, wo ich mir dachte, warum wählst du gerade jetzt diesen Zeitsprung, was bringt der mir jetzt in der Gegenwart sozusagen. Ab der Hälfte wurde es tatsächlich besser, weil man sich doch ein bisschen mehr auf Alice konzentriert hat, was für mich tatsächlich so ein bisschen emotional die Geschichte auch abgerundet hat und mich mitgenommen hat. Also irgendwann hatte ich Alice als Hauptcharakter wahrgenommen und konnte mich an ihr festhalten, konnte dann auch ihre Rückblicke sozusagen mitnehmen und Dinge, die ihr eben im Leben passiert sind, die mich sehr, sehr berührt haben. Und das war für mich auch so der Switch in der Geschichte, wo ich mir dachte, ja, jetzt nach allem Verwirrtsein kommt hier irgendwie der rote Faden. Dennoch war auch hinten raus einfach so, dass die Autorin manches viel zu leicht gemacht hat, anderes viel zu kompliziert und nach wie vor ein Problem, warum sprechen Leute nicht miteinander. Aber gut, dieses Problem habe ich ja tatsächlich öfter mit Büchern. Es war an und für sich schon schön und locker und flüssig geschrieben. Es war auch sehr bildhaft geschrieben. Also gerade die Orte, das Café, was es da zu essen gab, die Menschen, das war alles sehr schön erzählt. Weswegen ich tatsächlich auch an der Geschichte dran geblieben bin, weil mir das eben trotz der Verwirrtheit zu Beginn sehr, sehr gut gefallen hat. Aber es passierte einfach zu viel. Und auch zu viel, wo man sich einfach fragt, naja, ob das wirklich alles so einem passieren könnte. Es war ein gutes Buch. Es hat mir gut gefallen. Aber es ist überhaupt kein Must-Read. Und ich glaube, wäre es ab der Hälfte nicht merklich anders und besser geworden und hätte ich ab der Hälfte nicht einen Charakter gehabt, an den ich mich so ein bisschen ranziehen kann, wäre es wahrscheinlich tatsächlich auch ein Buch gewesen, was ich abgebrochen hätte. Und ja, tatsächlich musste ich so bis zur Hälfte lesen, bis dieser Switch kam. Und vielleicht hätte ich das nicht zusammen mit einer Freundin gelesen, wäre ich gar nicht so weit gekommen, weil ich ja oft auch ein Buch nur ein Drittel gebe. Aber hier kann man sagen, ja, man hätte jetzt auch nicht so viel verpasst. Tatsächlich hätte man es vorher abgebrochen. Aber es war schon ganz schön, es dann auch beendet zu haben, eben weil die zweite Hälfte dann doch stärker war. Allerdings muss man natürlich sagen, Sandy Docker darf einen auch nicht erst ab der Hälfte eines Buches das geben, was man eigentlich schon, keine Ahnung, nach den ersten 50, 60 Seiten bräuchte. Das muss man ganz klar auch als Kritik sagen, wo ich mich auch manchmal frage, wenn Bücher lektoriert werden, wie hat es die Lektorin, der Lektor gesehen? Und also hätte man da nicht vorher schon so ein bisschen den Zug enger schnallen müssen? Und vielleicht lieber 100 Seiten weniger, aber dafür schon die Spannungskurve viel, viel früher. Aber es war tatsächlich dann ab der zweiten Hälfte sehr emotional, sehr gefühlvoll. Es sind Dinge passiert, die mich auch sehr berührt haben. Ich habe auch ein Tränchen vergossen. Und es sind auch Dinge passiert, über die man eigentlich gar nicht nachdenken möchte. Ja, aber es war eine gute Geschichte mit eben zwei, drei Kritikpunkten, die ich tatsächlich schade fand, dass sie überhaupt dann zu Kritik sozusagen führen. Und das dritte Buch der Woche ist wieder ein Hörbuch und zwar Aures II, die Frequenz des Todes von Vincent Klisch nach einer Idee von Sebastian Fitzek. Diesmal habe ich es als Hörspiel gehört. Das erste Buch hatte ich ja gelesen und habe da vermehrt immer mal bei den Kritiken gehört, dass es eben einfach als Hörspiel gedacht ist und deswegen als Hörspiel auch B viel besser funktioniert als als Buch zum Lesen. Mir hatte Teil 1 ja sehr gut gefallen. Diese Idee eines akustischen Forensikers fand ich wirklich mega, mega spannend. Und die Idee ist eben bei einem Telefongespräch von Sebastian Fitzek irgendwie im Kopf entstanden. Der hat sich da mit seinem Thriller-Kollegen Vincent Klisch darüber unterhalten. Und irgendwie ist dann diese Idee entstanden, diese ganze Geschichte, jetzt, dass es auch verschiedene Teile werden. Und ich weiß gar nicht, es wird, denke ich, auf jeden Fall noch einen dritten Teil geben. Ja, wie die weitere Zusammenarbeit der beiden dann aussieht, keine Ahnung. Beide Autoren super, super sympathisch. Auch Vincent Klisch war ja mal bei der lieben Mel auf dem Kanal zu einem Interview, fand ich wirklich großartig. Ich habe von ihm selbst tatsächlich noch nichts gelesen, habe aber ein Buch, glaube ich, tatsächlich auf dem E-Book-Sub oder auf dem Hörbuch-Sub, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall hier, aber bis jetzt kam ich noch nicht dazu. Aber ich habe mich jetzt trotzdem auf den zweiten Band der Jula und Hegel-Thriller-Reihe sehr, sehr gefreut. Und ja, wir haben hier im Grunde drei Hauptsprecher. Einmal Simon Jäger, der den erzählenden Teil macht. Also wir haben schon einen so Erzähler aus dem Off, was ja eher untypisch ist bei einem Hörspiel. Hier fand ich es aber tatsächlich sehr hilfreich. Und wir haben Oliver Masucci und Luisa Wittzorek, ich hoffe, sie heißt so, die dann eben einmal Hegel und einmal Jula sprechen. Man sollte den ersten Band auf jeden Fall, finde ich, kennen, damit man so ein bisschen diese ganze Hintergrundinfos zu Jula und Hegel hat, wie die beiden zueinander gefunden haben. Jula ist ja eine Podcasterin, die vor einigen Jahren ihren Bruder in Mexiko, glaube ich, verloren hat. Da soll etwas Kriminelles verbrochen haben und beim Verhör das auch gestanden haben und sich danach in seiner Zelle selbst umgebracht haben. Jula glaubt da aber nicht dran und bespricht in ihrem Podcast eben Fälle, wo sie eben glaubt, dass da viel mehr dahinter steckt, dass das nicht alles so gewesen ist, wie die Fälle ausgegangen sind und trifft eben bei dem Fall im ersten Teil der Geschichte auf Hegel, der die Mutter seiner Tochter umgebracht haben soll, im Gefängnis sitzt und dabei aber eigentlich ein ganz bekannter Forensiker ist, der eben Aures auch irgendwie ist, das eben für das absolute Gehör spricht, beziehungsweise er eben anhand dieses Gehörs Dinge auch erkennen kann. Also wie groß jemand ist, wie dick, wie sportlich ist er Raucher, Trinker, in welcher Umgebung ist er, spricht er in Aufregung oder nicht und so weiter. Also der hier wirklich das perfekte Gehör hat. Und ja, Jula ist im zweiten Fall oder im zweiten Buch immer noch auf der Suche nach ihrem Bruder, bekommt da immer mal wieder Hinweise nach dem Aufenthalt in Mexiko. Und die Geschichte beginnt im Grunde mit einer jungen Familie, deren die Mutter jetzt gerade auch das Kind erst auf die Welt gebracht hat. Und sie geht eben zu ihrer Tochter und findet dort Blut und findet eben nicht mehr ihr Kind und ruft ganz panisch die Polizei an und gleichzeitig ruft sie ihren Mann im Haus und erzählt eben dem Polizisten der Notrufzentrale, dass ihr Baby weg ist, dass das Baby nicht mehr in der Wiege ist. Und der Ehemann wiegelt das aber sofort ab, packt seine Frau und sperrt sie auf den Dachboden, wo diese dann auch ihre Mutter gefesselt findet. Und ja, das ist im Grunde so ein bisschen der Hauptteil der Geschichte. Hegel wird ja im Grunde dieses Notrufgespräch vorgespielt, um zu analysieren, was steckte da dahinter, in welcher Lage war die Mutter, was ist im Hintergrund passiert, wo könnte das gewesen sein, weil dieses Notrufsignal eben nur einen gewissen Rahmen abdeckt und man will da eben einfach viel mehr wissen. Und ja, Hegel nutzt eben auch seine Verbindung zu Jula, damit eben beide so ein bisschen danach recherchieren können, denn es gibt wohl auch irgendwie einen Baby-Handelring, der im Hintergrund mitspielt und der dann eben auch hier in diese verworrene Geschichte so ein bisschen dazu kommt. Zudem erzählt Hegel Jula immer wieder, was er alles über ihren Bruder wissen könnte und was er ihr dann eben auch alles erzählen könnte. Also verschiedene Geschichten, verschiedene Charaktere, die aber irgendwie an diesem einen Fall gemeinsam arbeiten. Weiterhin finde ich auch im zweiten Teil die Idee bzw. das Thema dieses akustischen Forensikers super, super spannend. Auch Hegel ist als Charakter wirklich jemand, den man irgendwie nicht durchschaut, wo man denkt, ha, jetzt habe ich ihn und dann kommt es doch wieder anders. Also das ist wirklich ein Charakter, der sehr schwer greifbar ist, aber man es ihm gar nicht übel nimmt, dass er eben nicht ganz so leicht greifbar bzw. durchschaubar ist. Und das fand ich auch im zweiten Band von Auris sehr stark und sehr gut. Es beginnt sehr rasant, sehr schnell, die erste Hälfte, habe ich wirklich gefühlt, inhaliert. War super gespannt, wie es weitergeht. Wir kommen so von einem Thema ins nächste und nochmal und Spannung hier und Spannung da und noch ein Twist. Das ist tatsächlich am Anfang noch sehr reinziehend, hat eine große Sogwirkung. Allerdings fand ich, so ab der Hälfte ungefähr verlor sich die Spannung ein bisschen bzw. fand ich dann auch das Thema mit diesem Babyhandel und Ähnlichem ein bisschen zu banal und fragte mich, warum wurde eigentlich so ein Wirbel um dieses Thema oder Themen, die im Nachgang kamen, überhaupt gemacht. Und da kommt dann so ein bisschen Fitzek dazu, wo man ja oft denkt, der hat ja gerade gegen Ende seiner Geschichten oftmals Twists, wo man sich fragt, wo hast du denn das jetzt aus dem Hut gezaubert. Ist ja tatsächlich was, was mir auch beim letzten Buch von Fitzek nicht so gut gefallen hat. Und eben auch so, ja, es ging hier wieder um Kinder, um Babys und die Angst, die man wohl hat. Irgendwann denke ich, ja, das Thema ist jetzt dann auch mal in Ordnung. Und das Leben ist auch ein Thema, was mich eigentlich sehr mitnimmt. Aber das konnte es tatsächlich nicht ganz bei Auris 2. Es wurde tatsächlich auch an mancher Stelle zu viel an Story und auch an Twists. Und man konnte dem Gefühl manchmal auch gar nicht mehr so richtig folgen. Beziehungsweise war es auch an mancher Stelle sehr absurd. Und das Ende war dann auch so ein bisschen, wo ich dachte, warum? Ganz klar, warum? Es war tatsächlich gut. Es war Spannungsgelang. Es war ein Page-Turmer. Ich finde, dass Vincent Gliesch wirklich sehr flüssig schreibt, sehr spannend. Dass er sehr schnell erzählt. Vielleicht an mancher Stelle einfach zu schnell. Das war auch, glaube ich, mein Problem schon mit dem ersten Buch. Aber es ist schon was, wo man dran bleibt. Was man einsaugt, was man inhaliert. Wo man dranbleiben will. Wo man wirklich alle Infos mitnimmt. Was einem gefühlt auch gar nicht schnell genug geht. Beziehungsweise hier tatsächlich eben an mancher Stelle zu schnell. Zudem habe ich ein großes Problem mit Jula. Mit der komme ich irgendwie nicht so richtig zurecht. Und ich werde auch nicht so richtig warm mit ihr. Auch mit ihren Entscheidungen, mit ihren Gedanken, mit ihrem, wie sie dann auch danach handelt. Damit tue ich mir an mancher Stelle sehr schwer. Und dann bricht natürlich für mich so ein Standbein in der Geschichte auch weg. Von daher leider nicht direkt das Highlight, was ich vielleicht hier auch wieder im Thriller-Bereich erwartet habe. Aber ein sehr, sehr gelungener Thriller, der wirklich sehr spannungsgeladen ist. Mit dem einen oder anderen Absurden und auch dem Twist manchmal zu viel. Aber alles in allem habe ich die, keine Ahnung, 10 Stunden, was es glaube ich gedauert hat. Oder waren es 8 Stunden? Ich weiß es gerade gar nicht. Hat es mir sehr, sehr gut gefallen. Und atmosphärisch ist dieses Hörspiel natürlich schon sehr, sehr gelungen. Also wirklich, wenn man tatsächlich eigentlich nur ein Hörspiel, die Geschichte hat. Und nicht den Hintergrund an Infos. Wenn eben Gedanken nur laut werden, wenn die auch jemand ausspricht, beziehungsweise die jemand mitteilt. Wir haben hier Simon Jäger als Stimme aus dem Off, als Hintergrund erzähler, was ich tatsächlich sehr gut fand. Und ich mag auch einfach die Stimme von Simon Jäger. Und ich finde, diese Atmosphäre in dieser Geschichte war sehr gelungen. Und hat tatsächlich das Hörspiel zu einem besonderen Hörerlebnis gemacht. Der Thriller ist vielleicht dadurch tatsächlich auch ein bisschen besser geworden, als er vielleicht in schriftlicher Form gewesen wäre. Aber zum Highlight hat einfach nur so ein bisschen was gefehlt. Ja, und das war es soweit mit den Büchern der Woche. Es hat mich eine neue Serie gepackt. Und zwar Gotham. Ja, ich komme jetzt auch endlich dazu, diese Serie zu schauen. Weil mir zum einen angezeigt wurde auf Netflix, dass jetzt die fünfte Staffel, und das ist auch die finale Staffel, ab Juni im Grunde gezeigt wird. Und verschiedenste Menschen in meinem Umfeld schwärmen schon von dieser Serie. Beziehungsweise weiß ich, dass ich die ersten ein, zwei Folgen irgendwann mal auf ProSieben im Fernsehen auch gesehen habe. Mich aber dieses Warten einfach genervt hat. Und dann war diese Serie gefühlt auch immer mal so aus den Augen, aus dem Sinn. Obwohl ich ja ein großer Batman-Fan bin und ja da wirklich die Filme sehr gerne schaue. Ich mag nicht alle Filme. Nein, mag ich definitiv nicht. Aber ich schon ein großer Fan dieses Universums bin. Und umso spannender ist es, dass man hier eben, ja, Commissioner Gordon, wie er dann ja im Grunde heißt, wenn Batman da ist, begleiten, als er noch Detective ist. Und wir begleiten eben Jim, beziehungsweise James, nein James, beziehungsweise Jim Gordon, durch einen Gotham zur Zeit, als Bruce Wayne eben seine Eltern verliert. Damit beginnt im Grunde die erste Folge mit dem Mord an den Waynes. und begleiten einen jungen Bruce Wayne zusammen mit seinem Butler Alfred. Wir treffen auf jugendliche Charaktere, die ja im Grunde in einem ähnlichen Alter sind wie Bruce Wayne, beziehungsweise dann später auch als Batman, die man auch schon als Bösewicht dann mehr oder weniger kennt. Aber natürlich auch Charaktere, die jetzt noch viel, viel jünger sind, als wir sie bei Batman kennen. Also sei es Pinguin, der ja sehr vielen bestimmt auch ein Begriff ist, sei es der Riddler, ist schon aufgetaucht. Ja, wir haben sogar schon einen Blick auf den Joker werfen können. Ja, also ich bin tatsächlich sehr, sehr angetan von dieser Idee, im Grunde die Geschichte 20 Jahre früher zu erzählen. Ich vermute mal, ich weiß gar nicht, wie alt ist Bruce Wayne, wenn er so klassisch im Batman-Alter ist, Mitte 30, Ende 30. Tatsächlich in meinem Alter unglaublich. Ja, lassen wir ihn da irgendwie 13, 14 sein. Und ja, die erste Staffel, ich habe glaube ich in der ersten Woche 12, 13 Folgen geschafft. Also man merkt schon, ja, auf so eine Dreiviertelstunde, beziehungsweise eineinhalb Stunden kann man am Tag schon nochmal für eine Serie aufbringen. Ich habe sehr wenig geschlafen. Und man hat es auch tatsächlich einfach an den Büchern gesagt, dass es eben nur drei Bücher waren. Vielleicht hätte ich sonst tatsächlich vier geschafft. Also mich hat die Serie sehr, sehr gecatcht. Sie ist sehr düster, sie ist sehr brutal. An mancher Stelle ist es mir fast schon ein bisschen zu brutal, beziehungsweise ist das manchmal auch so sinnlose Brutalität und Gewalt. Und ja, gehört halt irgendwie dazu. Ich meine, wir sind hier in Gotham, das ist halt nicht Paradise Island. Wobei, ja, es gibt viele Charaktere, die ich vorher nicht kannte, beziehungsweise auch nicht so wahrgenommen habe. Es gibt auch Charaktere, die gibt es eigentlich im Batman-Universum nicht, was ich aber auch gar nicht schlimm finde. Manches kann geschichtlich nicht ganz so stimmen, wenn man dann eben Batman, ja, eben mit Mitte, Ende 30 erkennt. Dennoch finde ich es großartig gemacht. Ich finde das Netz, was sich irgendwie bildet, die Geschichten dazu sind großartig. Und ich mag eben auch Ben McKenzie als Schauspieler super gerne. Man kennt ihn ja vielleicht aus der Jugendserie OC California. Meine Güte, das ist bestimmt auch schon 20 bis 15 Jahre her. Die Serie habe ich übrigens damals total geliebt, weil ich den Musikgeschmack da drin mega fand. Und es da einige Bands gab, die da gefühlt ihren ersten Auftritt irgendwie hatten und dann berühmt wurden, auch in Deutschland. Also sei es The Killers, sei es, ich weiß es gerade gar nicht. Ganz viele, die man eben damals entdeckte aufgrund von dieser Serie, die dort damals in der Distance, in diesem Club getanzt haben. Und danach waren die im Grunde, ja, sehr bekannt und eben auch bis nach Deutschland. Von daher, ja, OC California, absolute Empfehlung. Ich weiß nicht, ob sie den Zeitgeist überlebt hat. Dazu müsste man sie sich jetzt einfach nochmal anschauen. Aber Ben McKenzie hat mir damals als Bad Boy schon mega gefallen, der hier im Poolhaus wohnte. Und er gefällt mir auch als Jim Gordon. Ich finde den wirklich großartig besetzt. Mein einziges Problem ist, dass die deutsche Synchronstimme Tommy Morgenstern ist. Nicht wegen Tommy Morgenstern, aber das ist in meinem Kopf eben einfach Sherlock. Das ist irgendwie, war anfangs schon merkwürdig. Beziehungsweise ist das ja auch Smaug. Also, ja, meine Welt steht sozusagen im Kopf. Ja, aber, ja, gefällt mir gut. Ist nicht ganz leicht, ist nicht ganz leicht. Ist abends vom Einschlafen auch nicht die beste Idee. Aber gefällt mir sehr, sehr gut und möchte ich auf jeden Fall weiterschauen. Und, ja, ich glaube, so viel mehr gibt es jetzt gar nicht zu erzählen. Die nächste Bücherwoche ist dann eine kurze Arbeitswoche, denn ich arbeite in dieser Woche jetzt nur drei Tage. Freitag habe ich den Brückentag frei. Da freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, dass das Wetter mitspielt. Aktuell soll es ja sehr schön sein. Beziehungsweise, wenn ihr jetzt das Video seht, wisst ihr ja, ob das Wetter gut war. Aber, ja, ich freue mich da auf jeden Fall sehr auf die vier freien Tage. Ein bisschen mehr Lesezeit, ein bisschen mehr Serienzeit. Und aber auf jeden Fall auch rausgeht es halt, wenn es schön ist. Sei es Grillen, Radfahren oder Spazieren. Ich freue mich da auf jeden Fall drauf. Und, ja, ich glaube, das war es tatsächlich. So viel mehr gibt es zu der Woche auch gar nicht zu erzählen. Habe auch, glaube ich, lange genug gequasselt. Ich bin natürlich mega gespannt, ob ihr die Serie Gotham schon kennt. Ob ihr genauso gespannt seid auf Staffel 5 wie ich. Oder vielleicht seid ihr ja sogar noch gespannter. Ob euch Synchronstimmen ein bisschen irritieren, wenn das von anderen Bekannten die Stimme ist. Lasst mich das auch gerne mal wissen. Und alle Infos zu den Büchern findet ihr unten in der Infobox. Schaut da gerne mal vorbei. Auch alle anderen Links und Ähnlichem. Und, ja, ich danke euch jetzt fürs Zusehen. Wünsche euch noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende. Lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Macht's gut. Eure Steffi. Tschüss. Richter. Ich zeige.